Alles ist auf einmal digital, sogar das Mindset? Wenn ihr wissen wollt, was ein digitales Mindset wirklich ausmacht und wie ihr es bei euch und bei anderen fördern könnt, dann schaut unser Video. Hey und herzlich willkommen. Die Digitalisierung ist nicht nur ein Hype, sondern ein ganzes Zeitalter. Und zwar ein Zeitalter der Veränderung. Um damit klarzukommen, brauchen wir ein digitales Mindset. In diesem Video verraten wir euch, welche sieben Merkmale ein digitales Mindset ausmachen und natürlich, wie ihr diese bei euch und bei anderen fördern könnt. Merkmal Nummer 1. Know yourself. Eine wichtige Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, also den Stärken und den Entwicklungsfeldern. Schaut also regelmäßig auf eure persönliche Landkarte. Wie ist meine aktuelle Situation? Was kann ich gut? Und wo kann ich mich noch weiterentwickeln? Kleiner Tipp. Andere Perspektiven sind auch immer interessant. Fragt also ruhig mal Freunde und KollegInnen nach ihren Eindrücken. Merkmal Nummer 2. Umgang mit Kritik. Seien wir ganz ehrlich. Natürlich mögen wir positives Feedback viel lieber als negatives. Aber in der Kritik liegt auch ganz viel Raum für Lernen und Weiterentwicklung. Versucht also, bei Kritik zu verstehen, worum es wirklich geht und was ihr besser machen könnt. Und zwar nicht nur für euch persönlich, sondern auch für die Weiterentwicklung eurer Produkte. Und da sind wir auch schon beim Merkmal Nummer 3. Kundenzentriertes Denken. Bindet eure KundInnen unbedingt in eure Prozesse mit ein. Denn wenn eure Angebote für sie nicht relevant sind, werden sie dafür auch kein Geld bezahlen. Was könnt ihr also machen? Zum Beispiel Personas erstellen, ausdrucken und sie auch direkt in euren Meetings benutzen. Und damit sind wir beim Merkmal Nummer 4. Kreativität. Denkt Dinge anders und stellt euch immer wieder die Frage, wie könnte ich das noch machen? Eine hilfreiche Methode ist das Brainstorming-Paradox. Dabei fragt ihr euch einfach das Gegenteil. Also statt, wie mache ich mein Produkt besser, wie mache ich es schlechter? Merkmal Nummer 5. Agilität. Heute so und morgen so. Heute ändern sich Umgebung und Anforderungen oft kurzfristig. Wichtig ist es, flexibel darauf zu reagieren. Was dabei hilft, ist, in kurzen Etappen zu arbeiten und gemeinsam die nächsten Schritte anzupassen. Behaltet dabei aber immer das große Ziel und eure Vision im Auge. Merkmal Nummer 6. Offenheit. Um Neues zu lernen, hilft eine beobachtende Einstellung wesentlich mehr als eine bewertende. Seid also neugierig und offen für neue Informationen. Aber auch offen darin, eigene Erfahrungen zu teilen. Was fördert eure Offenheit? Wenn ihr euch am Ende der Woche fragt, was habe ich eigentlich diese Woche Neues gelernt? Merkmal Nummer 7. Networking Skills. Netzwerk schlägt Hierarchie. Hierarchien verschwinden zunehmend und viel wichtiger ist es, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und so baut ihr euch ein starkes Netzwerk auf. Versetzt euch in die Perspektive eurer PartnerInnen. Was sind ihre Probleme und welchen Nutzen haben sie zum Beispiel, wenn sie mit euch kooperieren? Und ist es euch aufgefallen? Genau. Die meisten Merkmale für ein digitales Mindset sind gar nicht digital. Verpassen Sie aufgrund der терneischenllers Handlung.